Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Auch heute spielen wir wieder eine Runde FIFA 19. Und zwar spielen wir mal wieder Division Rivals und gucken mal, ob wir vorankommen, Freunde. Denn wir müssen uns ja immer noch für die Weekend League qualifizieren, auch wenn ich am Wochenende nicht allzu viel Zeit habe. Weiter sollte ich schon ein paar Matches hinkriegen, sodass ich dann auch in der Woche danach wieder qualifiziert bin, wo ich dann ein bisschen mehr Zeit mitbringe. Von daher, klingt das doch fair, oder? Von daher sehen wir uns hoffentlich dann gleich im Livestream. Verbindung wird gerade noch überprüft, sollte aber jetzt gleich hoffentlich fertig sein. Von daher, bis gleich!